Dieses Tier hat ein duftendes Geheimnis. Perlenflorfliegen legen ihre Eier in der Nähe von Termitenbauten ab. Sind die Larven geschlüpft, schleichen sie in den Bau. Stößt eine Larve dort auf Termiten, schwingt sie die Spitze ihres Hinterteils auf Kopfhöhe ihrer Opfer und pupst. Dabei stößt sie ein Alomon, also eine besondere chemische Substanz aus, mit der sie ihre Beute lahmlegt. Mit einem einzigen Pups kann die Larve gleich mehrere Insekten erledigen. Das Alomon führt nur zu einer Lähmung der Termiten, sodass diese lebend von den Larven gefressen werden. Auf andere anwesende Insekten hat die Substanz keinerlei Einfluss. Dieses Tier hat ein duftendes Geheimnis. Perlenflorfliegen legen ihre Eier in der Nähe von Termitenbauten ab. Sind die Larven geschlüpft, schleichen sie in den Bau. Stößt eine Larve dort auf Termiten, schwingt sie die Spitze ihres Hinterteils auf Kopfhöhe ihrer Opfer und pupst. Dabei stößt sie ein Alomon, also eine besondere chemische Substanz aus, mit der sie ihre Beute lahmlegt. Mit einem einzigen Pups kann die Larve gleich mehrere Insekten erledigen. Das Alomon führt nur zu einer Lähmung der Termiten, sodass diese lebend von den Larven gefressen werden. Auf andere anwesende Insekten hat die Substanz keinerlei Einfluss. Dieses Tier hat ein duftendes Geheimnis. Perlenflorfliegen legen ihre Eier in der Nähe von Termitenbauten ab. Sind die Larven geschlüpft, schleichen sie in den Bau. Stößt eine Larve dort auf Termiten, schwingt sie die Spitze ihres Hinterteils auf Kopfhöhe ihrer Opfer und pupst. Dabei stößt sie ein Alomon, also eine besondere chemische Substanz aus, mit der sie ihre Beute lahmlegt. Mit einem einzigen Pups kann die Larve gleich mehrere Insekten erledigen. Das Alomon führt nur zu einer Lähmung der Termiten, sodass diese lebend von den Larven gefressen werden. Auf andere anwesende Insekten hat die Substanz keinerlei Einfluss.